Herzlich Willkommen heute zu Studio 92 TV aus Heslach. Hallo, willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Heslach TV. Es geht um, wenn du kurz zoomen möchtest, im weitesten Sinne um dieses kleine Gerät. Vielleicht weiß jemand, wie das heißt und wo das benutzt wird. Musikbereich. Ein Capodaster. Ja, richtig. Der steht für Musik, für selber gemachte Musik. Ich habe in den alten Aufnahmen ein bisschen, naja, mich durchgehört und habe einen ganz tollen Song gefunden von einem Jugendlichen. Das war vor 10, 15 Jahren. Hat er das im Studio 92 aufgenommen. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Es ist ein Lied über Stuttgart, selber komponiert. Ein, naja, ein C-Punkt aus Heslach. Mehr sage ich nicht. Vielleicht kann er sich auf diesem Weg, wenn er es hört, dann auf dem Kanal auch bei mir melden. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Super Song. Viel Spaß. Bis gleich. Komm schon, mach das Licht auf, denn wir sind heute allein. Ja, wir sind heute allein. . Stuttgart, der Mond und ich. Wie lang muss ich dich lieben? Oder wie lang bin ich für dich bestimmt? Bestimmt hast du noch nicht gesehen. Es gibt nur Stuttgart, den Mond für mich. Die sagt, komm, lass uns frei sein, ich bin freier als du denkst, denn ich mach das, was mir fällt. Ich bleib in Stuttgart, der Mond scheint hell. Der Mond scheint hell. Denn ich seh, was du nicht siehst und niemals sehen wirst, denn du kennst all die Farben nicht. Und dies ist kein Liebeslied, nur ein Augenblick. Drei und halb Minuten, die du nie vergisst, denn du bist so unaufstellig. Ohnebellish For me Und ich versteh' dich Fehlt dir nichts, wenn du gehst Deine Heimat Es magt du, es kühlt es klar Und im Sommer lieb' ich dich noch viel mehr Denn du gehst jetzt Und ich lauf' dir nicht hinterher Denn du willst mir, nein, nicht allzu sehr Sie sagt, da kommt mein Bus, hey Wir sehen uns dann bestimmt Und ihre Augen voller Tränen sind Wir bleiben in Stuttgart Der Mond und ich Läuft Wir sagen Tschüss aus Hislach Passt gut euch auf, bleibt gesund Ich hoffe, das hat euch gefallen, das kleine Video Bis bald, viele Grüße, euer Max Tschüss Das muss umklappen Das klappt bestimmt Ja Nee, hat nicht geklappt Wartet, hängt es weiter hoch Musik Musik Musik